Moinzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Dead Island 2. Und sie werden dir nicht abhängen, bis sie die Beobachtung haben. Was? Sie sind so paranoiden über das Virus, die von L.A. Sie wissen, dass sie es nicht enthalten können, wenn es rauskommt. Also, wenn ich mich beobacht habe, dann kann ich es. Nichts ganz so krug als das. Wir müssen dich testieren. Aber meine Beobachtung ist auf der CDC-HQ von Santa Monica Bier. Schön, dass ich eine Nacht genommen habe. Okay. Oh, oh, ich weiß nicht. Ich glaube, du solltest nicht alleine gehen. Das ist nur, weil du mich noch nicht kennenlernen, Doc. Ich habe es so weit geschafft. Ich kann etwas weiter gehen. Genau. Eine Ordnung von Beobachtung. Okay. Außerdem sind wir gar nicht allein. Wir haben uns hier. Ich habe neue Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Autofarger. Erweck dir den Pyromanen in der Dropkick-Angriffe an Flammen Zombies. Aber sie entziehen dir auch Gesundheit. Ja, wie dumm ist denn das? Dumm ist denn das? Ne. Würde ich nicht. Ich möchte keinen Schaden. Oh, das ist noch perfekt. Oh, das stimmt. Ich hole mich mal kurz. Oh, mach. Oh. Oh. Jetzt hat die explodiert was. Oh. Nun kann man das sehen. Perfekt. Oh. So. Weg durch Scheiße. Get into the CDC compound. Find the boat's anchor. Use it. For sure. So. Wo hin? Hier ist auch die Kisser. Rechen. Verregelt. Ja klar. Puh. Kannst aber da rauskommen Kumpel. Oh. Ja klar. Kaustik ist hier. Wir müssen es nicht zu tun halt. Ähm. Was ist das hier für ein Ding? Schlüsselkarte. So. Na gut. Dann ein anderer Weg. Dann ein anderer Weg. Green for go. Ja. Wir müssen hier noch Whiteboard untersuchen. Außerumen. Oh. Oh. Strom. Strom, ehrlich. Scheiß Strom. Da liegt was? Leuchtendes? Oh so, matt. Genauigkeit. Oh, okay. War ich richtig nass. Don't let it creep you out, Ames. We need some music. I'm out of it. Bleibst du liegen, Kumpel? Du bleibst du liegen. Anscheinend. Scheiß Strom, ihr mei. Oh. The scientists were butchered. Dr. Reed must have got lucky. I wonder if his wife worked here too. Bin ich blind? Weiß ich nicht. Oh jaa. Pönnies. Bring the room. Oh, so, so, so. Ah, tremi on. 's Mike. Ich finde es ganz gut. EEEE. Es wird ja ein Zwei mehr ausrauschen. Was mich lügen, sind wir nicht sogar mehr. Das ist das Meer. Warum schreit da irgendwas, wo wir herkommen? Was ist das? Soh, ja. Wo ist denn? Ich stehe die Struppe da oben jetzt. Ascheloche. 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 Was ist das mit einem Schreier drin? Ich muss noch mal ein besitierter Schreier rum. Achso, klar. Entschuldigung, wir haben ein Explosionsstück, ein Sprenger. Mois. Ich hoffe, die bleiben auch liegen. Scheiß Kalister. Ne, ich weiß nicht, was da hinten ist. Warte, der hat mich in die Kalister hingebracht, hat mich genervt. Der Strom einstellen, na komm, dann holen wir das mal. Ich hab einen Hebel aber schon ungeschaltet. So, den her. ECHO, ECHO, ECHO. ECHO, ECHO, ECHO. Ach, die ist bestimmt da drinnen in ihrem Raum. So, 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 so. Wo, so, 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 so. Ach, hier ist ECHO. So, so, so. ECHO means the Screamers. Hm. Dorian must have been examining one. Karen's using the wrong code. Ich hab's vorher vergessen. Her hat's noch schon. So. Ne, wir haben 57%. Ja, ich bin noch mal dabei. Sie erklärt es doch grad die ganze Zeit, was hier gemacht werden muss. So, wo ist Dorian? So, Dorian. So, Dorian war's working on this bay. Where's his code? So, wo ist Dorian? RIP, Dorian. Ripped into pieces. Got his code. Ripped into pieces. Hello Doc, you there? I got the blood sampler up and running. You should see a circular opening big enough to stick your arm in two. Okay, ja. Whatever you say, Coach. Hey! Grab my arm! Just relax. It has to keep you steady so we can take this apple safely. Sure. This is real relaxing. Not now. Come on. Sounds like you're done. Now, the sample will dispense from the side. I'm going to go to the side. I'm going to go to the side. Kidding. We're good. I might extract some of your blood when I get back. Okay, I'm on my way. Go up! I'm going to go to the side. Good! Moin! A little bit of a head. Okay, Ruben. I'll head back. Whoa! 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 It's called a bloodride. Looks like a laptop. Come on, man. Come on, man. What's the machine? Where is it? Hopefully at the lifeguard HQ. I sent someone to retrieve it from the pier, but lost contact. The lifeguard HQ? The lifeguard HQ? The lifeguard HQ? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Fine. I'll take a look. Ahem. 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 Okay. Oh, okay. You're not too close to me, man. santa monika und das sieht geil aus das ist nicht groß wo wir jetzt hin ok 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 wenn 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 w w Die Natur, mit dem anderen Zuverschillt. We do have a menu prepared when you are ready. Uh, no, no, no. No, 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 no. Sorry. NONONONONO, NO. Let's see if someone's up there. Not good. Not good. Zombies. ist. Oh, ich habe hier einen Sicherungsraum. Die habe ich. Wo sind die anderen Pistolen? Ich sehe keine mehr. Ah, ich stecke im Zombiefest. Ach, da oben war noch eine Pistola. Hier sind die Wasserkanister kaputt gegangen, weil ich draufgefallen bin. Mit meinem eleganten Körper. Durchs Feuer rushen ist ja nicht schlimm. Durch rushen. So eine Schlebinbombe werfen könnte immer da hin. Mit dem Stoffeuer auch direkt. Oh, ich bin echt tot. Ist doch voll. Ja, warum ist hier so viel Wahlgesang? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich gegen einen Zombie-Wahlkämpfen. Das war irgendwie lustig und irgendwie verdammt creepy. Du nicht. Oh, ich habe es geklappt. Leichenbombe. Neue Karte. Leichenbombe. Da unten. Leichenbombe. Puff, macht der Zombie. Braserei-Modus-Gedötte Zombies gehen in einer mächtigen Explosion auf. Klingt irgendwie gut. Das nehme ich mal dafür. Leichenbombe. 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 Rucksack. Ich muss verschrotten schon wieder. Will ich das verschrotten? Ich will es verschrotten. Das habe ich gesagt. Fuck. Ich bin nicht tot. Perfekt. Das funktioniert gerade alles. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. was wir immer sagt stücke mit ich werde tot ja ich habe übel sehr gepumpte kollege von beiden gut die anspann dich der simu und jetzt habe ich die tote kriegt sagen wir mal dass es so ein inferno typ ist Leute ich wundere mich hier über Kopfschmettern gekriegt okay auf jeden fall kein medikett mehr ich habe eins randy spinnt sorry randy ist das besonderes Mist oh dieses Wahlgesang Ding da das macht mich schon langsam ein bisschen körper ach so ich weiß nicht das gefällt dir nicht daraufhören die es mal auflaufen mit der Webbank ja komm mal kannst du schon wieder auf der Webbank ja ein paar Dinge recyceln kannst du wohl unterwegs umwarten oh Gott sei Dank ist das jetzt hier ist das zum sammeln ja ich bin so gehofft und so reden ach du Gott ja ich habe es mir schon gesagt dass das an den Karten auf einmal frei war die Jad zu sein ja 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 die schüler rettung schwimmer kiste Oh Gott! Ha! Okay! Ha! Okay! Digga, das ist mit ihm! Oh Gott! So ganz! Gut! Perfekt!